Ja, hallo Leute, mein kurzes Update hier zum Thema Investmentstrategie und ich habe in letzter Zeit, mal ganz kurz hier ein Päuschen machen, es war eine harte Woche by the way, jetzt haben wir heute Samstag, den 18.04. so zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags, jetzt habe ich mich da ein bisschen erholt von der Woche und jetzt geht es auch wieder richtig ab in die Projekte, man kann ja eh kaum was draußen machen, also warum nicht einen Samstagabend dazu nutzen, weiter an seinen Projekten, Strategien und Investments und Businesses weiterzufallen, ja ich werde hier auf jeden Fall weiterhin die Live Calls vom Investment Punk genießen, ich finde den sehr interessant, ja auch seine Webinare und auch die Leute, die er so mit den Call rein holen und so weiter, sehr unabhängig, sehr neutral gegenüber allen Investmentklassen, gibt es sehr, sehr gute Unternehmertipps auch, ja und das finde ich auch sehr interessant, diese Kombination von Unternehmertum, wirklich starkem Know-how und Börse und Investment grundsätzlich auch außerhalb der Börse, ja, finde ich sehr, sehr gut, ich kann den Kanal wirklich nur empfehlen, er gibt wirklich sehr, sehr viel, ja, so oberflächlich ist er so ein steinharter Kapitalist, ja, aber ich glaube hintergründig ist er auch ein super netter Bursch, also so ein richtiger Wiener Typ halt und ich mag ja Österreich so sehr gerne und von daher, ich denke wir sind auch hier die Bayern und mit den Österreichern, wir sind uns auch viel näher, als die meisten es vielleicht vermuten wollen würden, so kulturell würde ich mal behaupten und so, Kaffee und einen Apfelstrudel und so weiter, auf jeden Fall, das war so mein kurzes Update hier, zwei Minuten Update nur, weil ich stürze mir jetzt wieder ein Projekt rein, wie ich sozusagen meine, meine Businesses noch weiter vorantreiben kann, ja, mein, insgesamt nimmt alles bei mir wieder Fahrt auf, ja, ich hatte ja ein bisschen drunter gelitten, schon Ende, schon Q4 2019 bezüglich der, ja, der Flaute letztendlich in der Automobilbranche und da habe ich jetzt einige Sachen ein bisschen umgestellt und, ja, und jetzt geht es wieder mit Vollgas weiter, bis dahin, dein Thomas Klein.